es folgen die aufnahmen vom sonntag samstag habe ich keine aufnahmen durchgeführt wir starteten wieder an der ente wie ihr sehen werdet sind nicht alle tauben aufgezeichnet das liegt daran die zoli schließt etwas sanfter als die k 80 so dass der automat in der stadt nicht immer verstand wann es losgeht und war nicht trotzdem es sind viele aufnahmen gelungen einzelne fehlschüsse sind leider auch festgehalten zum schämen zum teil andererseits klingt ich sieht man bei der wiederholung der taube dass ich sie mit wenig veränderungen betroffen habe es zeigt wieder einmal wie gut man eigentlich drauf sein muss ansonsten wünsche ich euch viel spaß mit den aufnahmen ich lasse sie weitgehend unkommentiert die aufnahmen folgen der reihenfolge wie unsere rotte den parcours abschritt gelegentlich wird es sich empfehlen den schuss in einzelbildschaltung zu beobachten da ansonsten nicht wirklich zu erkennen ist was hat der schütze in diesem fall ich getan und was hat zum treffer geführt so so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie immer hoffe ich, euch hat das etwas gebracht und vielleicht auch bringt es euch für die Zukunft etwas mehr Erfolge, in diesem Sinne, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020